Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich bin gerade ein Drache vorbeigeflogen! Bitte lass dahinter etwas Gutes warten! Willkommen auf dem Nefarius City Bazaar! Vergesst nicht, unserem fabelhaften Imperator vor, während und nach eurem Kauf zu danken! Imperator? Heißt das, es gibt Nefarius jetzt zweimal? Erst Kleck, dann Nefarius! Vielleicht ist er auf dem Bazaar! Hey, Lampax! Moment mal! Hast du deine Bestellung vergessen? Na dann nur herein! Mist Zuckern kann dir Waffen verkaufen, aber du musst viel unauffälliger sein, sonst kann der Widerstand nicht überleben! Der Widerstand? Oh, entschuldige Herzchen! Mist Zuckern ist noch eine Anfängerin in Sachen... Spionage! Ich... Hey! Lass die Geisel fallen! Hä? Klink! Ja? Oh! Ja! Nein! Ich muss diesem Schiff folgen! Wie komme ich vom Planeten? Ist das ein Test? Nur Flottenraumschiffe dürfen hier weg! Alle anderen... Oh! Das Phantom kann helfen! Folge einfach dem Beat zum Club Nefarius! Dort wirst du ihn finden! Club Nefarius, alles klar! Oh, und gut gemacht, Agentin Zurkorn! Oh! Das ist ja so aufregend! Wie es im Club Nefarius wohl klingen mag! Willkommen bei Miss Zurkorn! Du möchtest jeden Kampf zu einer Party machen? Mr. Partypilz ist die Waffe für dich! Ah! Die einzige Waffe, die kleinen Zukunftsfelder vernichtet! Und einen Auftritt bei seiner letzten Geburtstagsparty hingelegt hat! Mr. Partypilz! Wirf ihn! Und er wird seine Gegner so hart treffen, dass sie sich seinen Eskapaden nicht entziehen können! Was dir den perfekten Zeitpunkt bietet, um bei der Party einzusteigen! Kannst kaum erwarten, dir die zu verkaufen! Ich werde dich vermissen, Sweetie! Ich muss weitersuchen! Je eher ich Club Nefarius und das Phantom finde, desto eher komme ich zu Clack! Das klingt ganz nach einem Club! Der Imperator sagt, wir sind im Krieg mit dem Widerstand! Ob das irgendwo hinführt? Komme Clack, vorher muss ich nur diesen Phantom-Typ finden! Aha! Hier sind also die Parade-Ballons gelandet! Du fehlst mir, Kumpel! Wir müssen blenden wie der Lombas! Der Nicht-Aufgeblasene! Wir müssen blenden wie der Lombas! » »« » » Oh! Uh, uh! AHH! Ah! Cool! Ha! Und ich glaube, damit ist hier alles erledigt. Cool. Das war's. Oh, 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 oh. Club Nefarius, Club Nefarius, wo ist der Club Nefarius? Club Nefarius, 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 Club Nef,… Das war's für heute. Komm schon, Phantom, wo bist du? Hi, ja, bist du das Phantom? Ist hier irgendwo ein Phantom? Nein, nur eine Tanzmaschine. Aufgetast! Musik! Ah, 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 Musik! Ah, 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 Musik! Ah, 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 oh! Der Turm ist ein Schatten. Loser, Loser! Niederstandsalarm, Niederstandsalarm! Ja, ha, 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 ha! Ich glaub's nicht. Die erste Mission seit Langem und die Tarnung fliegt auf. Das Phantom? Ist's geht? Ich kümmere mich um sie, sonst verfolgen die das Phantom noch. Das war das Phantom, oder? Geheimnisvoller Typ mit Holo-Verkleidung garantiert das Phantom. Phantom, warte! Wer bist du? Ich war gerade mitten in einer Mission. Ich bin Ratchet. Ich hab Gehör... Keinen Namen! Du musst schon cleverer sein, wenn du in den Widerstand willst, Neuling. Wieso glaubt jeder, dass ich beim Widerstand bin? Ich muss am Phantom drin bleiben. Jetzt! Ich muss mich noch mal sehen. Ich bin außerdem noch in der Widerstand. Ich bin hier sehr angenehm. Das ist ¡Aberstadt! Ich bin hier! Jetzt sind wir schon in der Widerstand. Ich bin hier in der Widerstand! Ich bin hier in der Widerstand. Ich bin hier in der Widerstand. Oh, 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 oh. Jetzt muss dir doch irgendwas geben, mit dem ich Phantome erreichen kann. Hier oben, Neuling, komm schon! Ja, damit! Ja, damit! Ja! Ja. Könntest du bitte stehen bleiben? Ist das hier so eine Art Test? Ist es, oder? Hey, warte! Da ist er! Der Pelzball aus dem Club! Oh Mann! Ich komm schon klar, Phantom! Bring dich in Sicherheit! Noch ein Widersuch! Widerstand endet hier! Oh. Oh. Oh-oh. Oh. 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 Oh ho 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 ho. Oh. 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 Wo bist du nur hin? Nicht übel, Neuling. Danke. Was ist das? Sowas wie ein geheimer Handschlag? Hey! Was fange ich damit an? Okay, Neuling. Versuch deinen Phantom-Sprint. Phantom-Sprint? Der Gegner kann nicht fangen. Was zeitweilig nicht existiert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Phantom-Sprint. Der Handschuh macht den Rest. Du hast ja doch etwas talent. Komm schon, die Wand wird sich nicht beißen. Willst du noch weiter kommen? Springen und Phantom-Sprint. Cool. Ich brauche ein flotten Raumschiff, um einen Freund zu finden. Du sollst dich da auskennen. Was ist denn jetzt mit dem flotten Raumschiff? Lombaxe, du bist genauso stur wie sie. Warte, du kennst den anderen Lombax? Wo ist sie hin? Sargasso. Sargasso. Nach einer Mission geht sie immer dorthin. Sargasso. Machen wir nen Deal. Siehst du das Luftschiff? Du hilfst mir, es zu übernehmen. Ich helfe dir in den Nefarius-Turm rein. Das ist der einzige Ort in der Stadt, wo du ein Flottenraumschiff findest. Was hast du mit dem Luftschiff vor? Komm einfach auf dieses Dach rauf. Ich hole meine Sachen. Wir treffen uns oben. Das Dach? Wie komme ich auf das Dach? Ich komme, Klenk. Halte durch. Nichts verziehst du den Tag los wie totale Hobart-Unterdrückung. Der Erdner-Bund! L tive den Zug. Sei dort weg. L FEIS GLOPE LITER 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 LITTLE LITER Wo hab ich die Karte nur hingetan? Wir klopfen, Letarius! Misch dich nicht in die Angelegenheiten des Imperators. Wo hab die Karte nie weg! Ja! Moment, Lisa, bist du unterwegs aufs Dach? Vorher solltest du mit dem Radikantum in deinen Taschen dein Arsenal etwas aufrüsten? Ich glaube, dass du nicht so arbeitest. Radikiert mich. Sag Bescheid, wenn du etwas findest, das dir gefällt. Haha, das machst du gut. Siehst du, wozu mit einer guten Waffe abgeben, wenn du eine Top-Waffe haben kannst? Oh, es ist immer den Preis wert, seine Waffen im Top-Zustand zu halten. Na los, kaufe es, solange du kannst. Oh, bei den Sternen, das ist was ganz Feines. Dein Raritanium ist leider aus. Bis dann, Rai. Danke für die Hilfe, Geheimagentin Surkon. Viel Glück da oben. Und Miss Surkon ist nie mehr gewesen. Du hast es also geschafft. Beeindruckend. Hey, du kannst mich sehen? Wo bist du? Ist mein Raumschiff fertig? Das wird schon, keine Sorge. Du musst mir nur noch bei einer letzten Bedrohung helfen. Das Nefarius Bar. Wenn du die Soldaten ablenkst, hacke ich Nefarius Propaganda-Luftschiff und schicke der Staat eine Botschaft, die sie nicht vergisst. Sieht einfach aus. Bürger von Nefarius City. Dies ist die Stimme des Widerstands. Dies ist die Stimme der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wir müssen reden. Der Widerstand. Die wachsende Anzahl Bürger, die die Nase voll hat von deiner diabolischen Tyranne. Hier. Erst greifen sie unsere lokale Musik. Jeder. Der Widerstand. Wir brauchen die Drone. Sieht sehr gut. Und wir müssen die Rekord auf. Dürfen. Du hast einen Rekord zu. Hey, mein Hitler. Oh. 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 Was ist das? Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das war's für heute. Wisst ihr was? Vergesst den Kodens! Taten sagen mehr als Worte! Endlich! Nefarius Turm, ich komme! Wow! Woher weißt du, wie man... Ich hab wohl einen Nerv getroffen. Okay, Deal ist Deal. Das ist Glitch. Sie hilft dir, ins private Turmshuttle des Imperators zu gelangen. Die Zugangskonsole ist in dieser Nefarius-Statue im Stadtzentrum. Du schließt sie an, sie erledigt den Rest. Was hast du vor? Ja, diese verkommene Welt niederreißen. Und zwar von innen. Bleib stark, Bruder! Wie soll ich denn bitte von hier zum Bazar kommen? Dachte das Phantom, die Bolt-Kurbel bringt mich zurück zum Bazar? Genau wie der Imperator gesagt hat, der höchste Turm der Galaxie... diese Ooooh!